Wollen wir mal gucken? Ja, wir müssen mal gucken, was beim Willi hier so vorgeht. Ja, beim Burkhardt, muss ich. Jetzt ist der Thomas dabei und der Peter. Also der Bubi, das gibt mir verdächtig vor. Ja, was macht ihr zwei? Zwei Originale. Ihr seid auch zwei Originale. Das freut mich, dass ihr so seid. Im Sinne eines Wechsels. Gibt's hier was Neues? Ja, gibt was Neues. Was gibt's da Neues, Peter? Du hast mir gar nichts erzählt. Tja, du hast mich ja gefragt. Du musst mich schon abends fragen. Wir sehen sich ja auch nicht zu finden. Na Fuggi, ich hab mein Amt abgegeben nach 16 Jahren. Ach! Und jetzt macht der Thomas, mein Nachfolger. Das ist aber schön. Und ich hoffe, dass er das auch in aller Sinne so weitermacht. Das freut mich von ganzem Herzen. Weil der Thomas ist, solange ich schon auf dem Markt bin, auch schon auf dem Markt. Und das sind alte Marktgeschichte in der vierten Generation. Ja, ja. Freut mich, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und dir danke, Peter, für deine langwierige Treue. Du hast uns immer zur Seite gestanden. Jawoll. Hast du gesehen? Und den gewechselt. Ja? Wir haben uns gar nicht richtig mitgeräten. Ja, ja. Und gar kein Sektgerät vorbei. Ja. Also, aber Schnäpsi hätte mal dabei rausgekommen müssen. Aber klar, klar. Kräuterschnäpsi hättest du. Oder? Und wenn du 거야 bist, hinzufinden. Danke für dich. Tschö Geräusche rustig zu schädigen. Danke für dich. Es wird nebundiväbbe Lynch support energetischen Berichterstattung gesht.